Ok Leute, es geht weiter Ich war gerade mit einem Gespräch Egal Kämpfe einfach Was denn? Araberklatsche, hey Ach ohne Hischarakter Ohne Hischarakter, warum machst du dann? Egal Warum machst du das? Ist so egal, ob man das so oder so macht Also dann Warte Ich hatte viele gesetzloser zu tun Aber ich muss sagen, dein Wachstum ist erstaunlich Ich sollte dich jetzt gleich fertig machen Höchspotenzial Klär mir das, nur du und ich Also gut, aber ich habe ein Kentschiff Also ich muss dich hier töten Yeah Er kann auch Wieso, er kann auch diesen Eisweg da machen Und sein Fahrrad draufhauen Dummer Spasti Wie kann man so dumm sein? Guck, sowas Sowas könnt ihr einfach nach Hause machen Bazooka Bazooka Eh, Bazooka Wie viel Leben du hast? Extrem Warte, was heißt es, wenn du 100 hast? Ja, das weiß ich nicht mehr Hatte ich ja auch mal Und es geht um bis 99 Was so? Ich meine eigentlich nicht der Ich meine nur LP Die kann man da bestimmt Bestimmt bis 100 oder mehr Ich will, dass du seine Dann dritten Gang einsetzt Weiter würden kurz gestört Ich hoffe, man hat es auch mal Warte Warte Jetzt, jetzt Warte 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 Jetzt Warte Warte Jetzt Warte Jetzt Warte Zwei Zwei Anzug Und aber in der Luft Und nachkantieren Zuliebens Was ist passiert? Zuliebens Ich hatte es satt, so ist Satt zu stehen Koggeheimangriff Ok, das ist gut Mane, Mane, Mane ich weiß nicht mal weiter mama weiter das ist ein spezieller kompass naja da geht zur nächsten insel oder die richtung immer noch man soll die menschen nachnehmen außen beurteilen mein motto in der marine lautet schlampige gerechtigkeit schlampige gerechtigkeit kommen die insel jetzt auch raten es ist wirklich daran das sind so zwei ein einkaufen amerika märis lagune wenn wir es machen er kommt alles nur hoch weiter wir müssen die suche messen wird nach welchem muss man dann da sein 22 das ist ja okay es ja stimmt es ist klar aber ich habe schon ein bisschen von der neuen inseln gesehen leute das ist ja was tolles oder es gibt es gibt sogar noch eins aber das das kommt neu an so schnell aber danach gibt es ja noch eine insel weiter marine fort wir können hier wie sie dann eines entwerfen willst du eigentlich nach hause können ja auch da können das auch der letzte Part sein wenn du willst wir sind ja auch ich habe auch ein bisschen hunger lustig sind ja ich habe es verstanden dass du businessman bist ich bin ich gar nicht das ist die nur sie ist ich bin bereit los zu schnappen was das ist buggy was so glaubst du tatsächlich du kannst mich besiegen aber er hat gar nicht mehr gesehen die fratze kummer guck mal die fratze an was er hat so kein mensch mehr guck mal wie die fratze aussieht oh wie heißt der bruder von aus wieder ähm aus jüri nein er hat da einen bestimmten namen oder ne oder heißt er einfach aus jüri aus jüri oder sogar du dreckiger hund kann ich mir so vor das ist langsam ja ein bisschen ok nein 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 das ist das ist normal die angriffe sind auch normal das liegt daran dass ich gerade rennen da kann auch sein ja kann wirklich daran gehen kein spaß aber egal man kann es ja wenigsten sehen und man hat musik nicht wie die anderen leute da du musst du musst den let's place davon sehen wie die leute die die das machen ohne sound oder richtig schlechte qualität auch noch ja sie sollen froh sein wenn ich damit zuerst und kommen sollen die froh sein bei mir gibt es immer gute qualität hat d er kommt noch perfekter rein das ist ja deshalb ist es nicht gut in der luft kann ja nichts mehr machen ihr okay das alles nur Geld also soll ja eigentlich alles zu machen also auch geheim wie auch nein diese alles alles ja nein nicht das geld das geht also leute wir werden wir haben vor alles also macht das auch lieber er ist auch ein bisschen also wir machen wir machen alles außer die erler wo man ihm nur Geld verdienen kann so wirklich und dann wird nur ganze Geld verdienen gehen und wenn du wirklich alles ist das viel spaß ich bin beim letzten Level ich einfach nur schwer okay sehen wir mal und ich will keines wollen schon stärker geworden war viel du treibst sie so zu sehr an dich was an und hörst nie auf mich mach du mit ha ha ich bin dank meiner freundin soweit gekommen dachte ich dachte nicht dass wir mal zu kämpfen kämen heute werde ich dich fertig machen ha ha wer macht hier wen fertig richtig muss die kämpft ich kämpfe eigentlich schon nicht okay fast stimmt willst du nicht auch mal nein 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 das macht Spaß zu dir zuzugucken du machst ja letztes hm naja da irgendwie kommt es mir das vor und das langsam guck mal hier sieht das langsam aus aber im video sieht das dann viel schneller aus es gibt ja schneller weil ja aber wenn im video sieht das viel schneller aus guck mal die dritte attacke das soll einfach und du musst ich hab schon das analysiert bei deinen das ist immer und ich hab ich hab heute die solche das kann jetzt Charaktere doch ich hab es so was wird der Gang doch 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 du triffst die mit der Falle aber mit der anderen ja vielleicht hätte ich schon schon hier sind wir sollten so ein Dummkopf jetzt ist es Bombe trifft die Normen der Bauern Voraussetzungen dass du keinem Angriff machst kann auch sein meistens dass ich ihn besiegen muss meistens essen was kommt denn jetzt noch mal dritter Gang dann wird die Pistole die Pistole hey das aber das ist gut gemacht worden wann stirbte eigentlich es lag nicht an es lag ist es lag nicht an es lag es lag nicht am Rennen ein bisschen und tschüss und tschüss nur ein bisschen so ist es noch dritter Gang dritter Gang dritter Gang kommen das ist ein bisschen er muss zu dir kommen und die das machen ach so du musst drücken mach einfach dann sofort ok ich habe ihn aus wenn er nach links geht jetzt sofort also nein 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 ich glaube ich nicht das Computer er ist so dumm dafür die Gießen zum Männertritt Gigante Rifle du bist stärker geworden Woffi du hast ja gesagt irgendwas mit Leben jetzt haben wir den Charakter ne das war doch oben ne ich glaube wir haben jetzt Mace ja wir haben Mace so so dann machen wir aber so ach ja guck mal mein Motto lautet lebe dein Leben ohne Reue hier ähm du hast ja gesagt dass es langsam ist also mir kommt es auch vor aber im Video sieht es viel schneller aus du wichst du einmal diese Frotze du brauchst eigentlich von den Freunden wie viele Freunde haben wir denn weiß nicht ein bisschen wer ich guck'n das ist einfach ich kann mir den Charakter vorstellen nein dann kann man nur Geld verdienen wo man wo wir nichts hat der Fall schon guck'n wieso wir können auch noch rechts gehen ja da müssen dann gehen wir wieder da hin guck zeig ach so wo soll er jetzt hin wir können eigentlich wir haben eigentlich alles können also das Charaktere wie kann man die Erkennen denn was ist das macht einfach hier so wegen der anderen ja Leute wir müssen hier weiter wenn das alles gelten wir haben okay die meint das dann okay die meine Hilfscharaktere ähm 1,3,4,5 6,7,8 hab ich die Grabe gezielt warte 4 ich glaube die anderen werden noch mitgezählt ja die werden auch die man alle bei den Figuren alles wird mitgezählt 8 plus wir haben 21 1,20 plus also ein Grad genug oh scheiße dann könnte man hier ach egal ich bin so aufgeregt los geht's das ist unheimlich du lässt mir keine Wahl ich kann gewinnen alle gib mich bitte ich mag es am meisten okay nein ich habe gegen mich ja der sieht so behindert aus so Eislevel und Sandlevel so nebeneinander ja die extra Chopper und halt alle passt da die können gleich einzelne Inseln machen da sieht sie richtig behindert aus so richtig gefälscht Rumble so ein hart ab zu einer Insel Menschen fressen Haasen und jetzt kommen die erdbeben boah ja man wechselt auch die Musik wenn du in der anderen Gegend bist ja es wechselt ich seh das willst du dich nicht irgendwie verprügeln oder so na will ich jetzt ha tolle Musik oh man Gear 3 willst du komm mal kommt aber ich glaube ich die Augen zu sehr lassen die Leute was soll ich denn sehen es geht ab ihr perfekt jetzt hatte einfach kurz und ist ob tüten du hast ihn getötet okay aber eigentlich jetzt ein wartet mal ja kann man okay kurzes Stopp okay Leute es geht weiter okay wir wurden gestört nochmal weiter ja wir halten wir haben die Rappelung hat egal wir haben Nami getötet Blitzruf hast gerade die arme Schnecke getötet du Hund ich gehst die ich hier hier ist er behindert ja nimm mal Robin hat sie jemanden mal getroffen hier warte Nein, genau in der Mitte war sie, ich kenne dann wie nichts. Ich habe zu viele Punkte. Ich weiß. Ich habe jetzt zehn. Nein, locker mehr. Ich habe alle zweimal besiegt außer Chopper. Ja, zwei, vier. Ja, kommt hin, zehn. Also ich glaube, das war so. Wenn ich wirklich dann haue einfach ab. Okay, Bombe. Warum gehst du noch hin, wenn du weißt, dass es Bombe ist? Wir können auch hier. So! Warte, ich will ins Wasser. Ist klar, Mann. Und jetzt aber? Den kann ich auch eigentlich nicht geschafft. Was? Die haben nichts spezielles Bindernan. Egal, wenigstens Geld. Money, money, money. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Ok, das nächste Mal. Nein, warte, 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 warte! Was jetzt? Junge, mal tschüss. Nein, warte. Junge. Okay, tschüss.